jedem von uns ist sie bereits aufgefallen street art die urbane kunstform im öffentlichen raum die den unscheinbarsten ort in eine farbenfreie galerie verwandelt oft bleibt es bei nur einem kurzen unerwarteten moment im vorbeigehen das wollen wir ändern mit euch gemeinsam street art soll die beachtung finden die es verdient wie in der form eines neuen nachhaltigen modellabels namens wiener stoff in der wiener stoff stehen otti leo und eine ständig wachsende anzahl an unterstützung die designs der gesamten ersten kollektion stammen vom mitgründer el lasso die letzten monate haben wir damit verbracht entwürfe zu besprechen passende partner zu finden und prototypen anzugfertigen nun sind wendig soweit mit euch gemeinsam wollen wir die erste kollektion verwirklichen um wiener stoff ins leben zu rufen benötigen wir mindestens 2500 euro ab diesem betrag können wir die ersten bio baumahl shirts produzieren und euch liefern in kooperation mit nähsalon nahtlos wird es außerdem eine limitierte anzahl an handgemachten kunstdrucken und bio baumahl taschen in diversen varianten geben als kleinen beitrag spenden wir pro verkauften shirt einen euro für obdachlose an die wiener gruppe mehr infos über unsere weiteren pläne findet ihr in der projektbeschreibung auf startnext wir würden uns wahnsinnig darüber freuen wenn es uns ermöglicht unseren traum eines nachhaltigen street art design labels zu verwirklichen danke dass euch die zeit genommen habt reinzuhören eure wiener stoff crew die die ein wiener wiener Untertitelung des ZDF, 2020